Kann sich's ja mal ansehen. Okay, ja, keine... Die Fremdscheibe fehlt. Das ist schon mal ein Minuspunkt. Schön schnittig das Ding. Aber die scheiß Theke da hinten, die müsste weg. Der fährt sich anders als der schwere. Oh Gott, der fährt sich echt furchtbar. Oh, fuck, der hat hier nichts mehr im Tank. Das ist jetzt erst. Scheiße. Ach, fuck. Ach, wir kommen. Wir werden noch nicht mal bis zu einer Tankstelle kommen. Scheiße. Ach, Mann. Das hätte lustig werden können. Nächste Tankstelle ist die hier. Aber da kommen wir nicht mehr hin. Ist ja egal, das ist die nächste Tankstelle. Wir müssen da hin. Sonst. Ja, das wäre schön gewesen. Ja, ich geh ja mal. Ich glaube, wir gehen sogar schnell. Alter, die fucking Polizei direkt in. Mann, wenn nicht der Tank voll wäre. Ach, ist das ne Scheiße. Das ist... Ne. Ach, Mann. Das hätte ne super Verfolgungsjagd und alles werden können. Dann ist der scheiß Tank leer. Das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Fuck. 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 Vielen Dank.